Nach 93 Lichtjahren stoßen wir auf den Dämonenstern Algol. Seinen Namen erhielt dieser Stern wegen seines eigenartigen Lichtwechsels, den die Himmelsbeobachter lange Zeit nicht recht zu deuten wussten. Erst hier, aus dieser unmittelbaren Nähe, können wir erkennen, was sich hinter diesem Dämonen verbirgt. Algol ist kein Einzel-, sondern ein Doppelstern, bei dem der große, rotleuchtende Stern alle drei Tage für 10 Stunden den helleren Partner bedeckt. Untertitelung des ZDF, 2020